Hallo, hallo, hallo. Wir starten wieder in Männerlords rein. Hilfe. Äh, hier. Ich wollte das heute mal mit den Packeseln ausprobieren. Mal gucken, wie das funktioniert. So. Ähm. Dann machen wir hier unseren Händlerstützpunkt. Oh. Ich habe alle Regionen. Okay. Und eine andere Idee war einfach hier in der Mitte vielleicht wirklich komplett alles zu einem Dorf umzubauen. Mal kicken. So. Also. Handelsposten. Können wir einfach erstmal bauen. Und eine Packstation. Und dann brauche ich hier auch noch. So. Ah. Und ich habe was cooles gehört. Gelesen. Oh. Oh. Nice. Kleidungsstand. Den können wir auch einmal umbauen. Und haben wir hier irgendwie ein Brennholzstand. Den setzen wir doch auch mal hier unten an. So. 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 Viehhandelsposten. Stallflächen. Äh. Nehmen wir zwei. Ah. Einmal für Stein und einmal für Äh. Wie heißt es gleich noch? Stallfläche zwei. Äh. Ah. Handel. Ne. Hier. Den hier. Handel. Packesel. Import. Vier. Zwei. Zwei. Wie heißt die Region hier? Z- Selbitz. Allgemein. Also. Selbitz. Bartender send. Nehmen wir einfach Bretter. Und erhalten. Lehm. Der hier macht selb... Ne, nicht Waldbrand selbitz. Oh. Und hier machen wir auch, wir senden Bretter und erhalten Stein. So, das haben wir freigestellt. Dann bauen wir hier doch einfach mal einen äh... ein Bauernhaus hin. Eine Mühle. Und eine Bäckerei. Und ein Lebensmittelspeicher. Und hier können wir noch Lederverarbeitung hinsetzen. Dann brauchen wir nach und nach ein paar mehr. So. Goldhof. Sand. Äh... Lehm. Erhalte Bretter. Und hier machen wir Goldhof. Sand. Stein. Erhalte... Bretter. Dann können wir hier... ... ... ... normalen hinsetzen. Und dann haben wir erstmal ordentlich was zum Bauen. Ja. Und hier haben wir genügend... ...Packese vor Ort. Dann hier wäre eigentlich ja geil, wenn wir einfach... ... ähm... ... kann man hier irgendwas... ... handeln. Und wenn wir hier einen Haufen... ... hier eine Bretterwirtschaft herstellen... ... wenn wir es so nennen wollen... ... und dann einfach nur... ... eine Händlerstation hier direkt da mit rein und... ... nur Sachen verkaufen. Und einkaufen. Und dann packen wir hier noch einen Viehhändler hin. Viehhandelsposten. Und dann packen wir hier noch einen Viehhändler hin. Dann brauche ich vielleicht noch einen Boxen... ... ... ... Äh, hatten wir nicht hier? Großer Speicher. Können wir einfach mal vollhauen, dass der uns... Alter. Alter. Warum ist denn das mittlerweile so teuer? Das muss auch noch bugged sein. Jetzt kann ich mir das nicht anders vorstellen. Das können wir machen. Stein und Lehm ausschalten. Ja. Äh, Lagerhaus. Mehr Stein brauchen wir erstmal nicht. Und hier schalten wir auch Stein und Lehm aus. Habe ich hier noch irgendwas? Sägegrube. Speicher. Erweitern. So. Okay. Bauernhaus, Windmühle, Gemeinschaftsofen. Ja. 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 Und das ist richtig cool. Das heißt, wir könnten hier ein bisschen aufräumen, beziehungsweise der klaut sich hier nach wie vor noch die ganzen Sachen. und ja also ich habe jetzt hier unten einen hingesetzt und man könnte jetzt zum Beispiel hier drüben noch welche hinsetzen und hier hinsetzen, irgendwo hier und das dann kleiner machen, weil man kann natürlich auch die Sachen hier einfach löschen aber dann stürzt das Spiel ab okay ja also wenn das zu viel ist kann das Spiel abstürzen anscheinend oh, ist nicht abgestürzt aber wir haben hier einen ganzen Haufen an Vorräten liegen dann können wir hier einfach jetzt kleineren Markt bauen und hier noch zwei Häuser hinsetzen zum Beispiel cool also so kann man es natürlich dann auch machen so 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 Das war's. jetzt befindet den hier hinten ok muss ich den hier vielleicht mal ein bisschen kleiner machen 23 plätze ist ein bisschen hardcore 36 wie kann das denn jetzt auf 36 gehen nice hier jetzt auch ok ja ich 21 minus ok dann lade ich lieber den hier wieder saibets lager ist voll Oh. So... Upgraden wir hier. Und... Peng. Oh. 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 Export. Okay. Okay. Das läuft so durch. Das hier ist auch bald geupdatet. Holzkirche. Und Bekleidung. Ja, ich weiß, das ist da alles ein bisschen am durchdrehen. So. 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 Ja, ich weiß, dass der Arbeitsbereich leer ist. Okay, Lebensmittelstand. Verschieben. Bekleidungsstand. Machen wir das so. Vielleicht hilft es ja in der Region ein wenig. Das sieht so geil aus. Und jetzt müssen wir das hier eigentlich zu einem Feld machen. Ja, das sieht geil aus. Und dieser Donut. Vielleicht sollte ich das hier einfach mal... ...die Maximalgröße machen. Weizen, Weizen, Brach, Brach. Ach, weil ich im Oktober bin. Okay. Der Winter nahrt. Äh... Okay. 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 Was sind das denn für Dudes? Wollt ihr jetzt einfach Stein? Okay. 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 Da, auf geht's! Dessert. Du bist es lustig. Dessert. Du bist es устig. Dessert. Du bist es ausgeren. Wofür brauche ich denn Holzteile? Okay. Okay. Wir könnten uns jetzt hier noch einen Stall hinsetzen und da setzen wir dann Pferde rein soo dann setzen wir hier einen rein hier setzen wir auch einen rein hier haben wir schon einen drin dann setzen wir zwei rein und dann beim Viehhändler holen wir uns Import Import oh zwei vier ich bin gespannt wie sieht es denn hier aus mit dem Holz Brettern meine ich das sieht eigentlich recht gut aus ok oh nee setzen wir hier nee oh ein Packesel und ...und sieg los... ...und sieg los de... ...de... ...der... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Dann muss ich für die hier noch Handelsrouten erstellen Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Upgrade! Untertitelung des ZDF, 2020 Guten Abend! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Pferde 2 und Packesel 4 Okay, und ich hoffe, dass hier der Handel gut funktioniert So, und dann machen wir Händlerlogistik und bessere Geschäfte als nächstes Und wir haben hier schon unsere kleine Stadt auf Upgrade gebracht Schreinerei Schreinerei Okay, so, dann kann ich doch hier auch Handel und Holzteile Export 0 Oh, die sind jetzt alle Handwerker geworden Das sind jetzt alle Schuße geworden, verdammt! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 1, 2, 3 1, 2, 3 Amen. So. So, das rödelt dann jetzt erstmal ein bisschen. Oh. Der könnte eigentlich abbauen. Okay. Okay, reset und oh, gott. Okay. 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 Was ist das? Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Jetzt müssen wir warten, bis wir hier eine Handelsroute einrichten ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Na komm, verkauf irgendwas Vielleicht sollte ich doch einen Okay, wir haben keine Liebesmittel mehr Haha 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 Na komm. Na komm. Wie viel kostet denn, verkauft sich denn ein kleines Schild? 5 und 6 und hier 5. 5. Oh. Dann machen wir eher kleine Schilder. 32, sauber. Oh. 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 Okay. Okay. Dit verkauft jetzt in der Hoffnung, dass wir ein bisschen was rausbekommen. Oh Gott. Oh. 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 Wie sieht's hier aus? Ja. Ich weiß, dass ihr jetzt unzufrieden seid. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das läuft weg. Okay, das läuft weg. Okay, das läuft weg. Okay, das läuft weg. So, wir brauchen 25, damit wir handeln können. Warum ist das hier eigentlich so? Und hier haben wir einen Verkauf, der ist nicht mehr feierlich. Und hier verkaufen wir hardcore viele. Import. Und hier haben wir einen Ort. Oh. 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 Er entfernt die Tarife aus dem Ausland, wird hier alle Importpreis E10 gesenkt werden. Das brauchen wir als nächstes und dafür brauchen wir ein Upgrade, Bedürfnis nicht erfüllt. Oh ja, Lebensmittelstand. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Okay, dann erhängen sie mal ordentlich und entzieht ihr alle Körperflüssigkeiten. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So 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 Das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. So kann ich hier kleinere Häuser bauen. So kann ich hier kleinere Häuser bauen. Nö, anscheinlich. So kann ich hier kleinere Häuser bauen. 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 Und zwischendurch klappt das irgendwie. Aber nur irgendwie, wenn man Glück hat. Deswegen haben wir die drei Flächen schon hingekriegt bei der vierten... Er sagt mir hier die ganze Zeit, das ist zu schräg. Sag ich doch, das freut mich. Yo, super, das freut mich. Das freut mich sehr. Das freut mich sehr. Ich versuche mein Bestes hier jetzt gerade den Hügel zu gestalten, dass das hier so richtig geil aussieht. Ich muss hier auch das Feld noch... Ich muss hier auch das Feld noch dran setzen, weil das einfach so cool aussieht. Also das kann das Game richtig gut. Und... Dass das hier auf dem Hügel steht und... Ja, das macht echt Laune. Spielst du... Also... Also es freut mich, dass die Erklärungen dir gefallen haben. Ich versuche mein... Ähm... Ich versuche ein bisschen das, was ich rausfinde, zu erklären, aber ich gucke ungerne Sachen nach, sag ich jetzt mal. Also ich will das so einigermaßen selbst rausfinden, das dann aber der Öffentlichkeit teilen. Spielst du mit Krieg, sag ich jetzt mal? Also mit Gegnern und Banditen oder spielst du ohne? Ja, also ich, ähm... Hab mir einige Videos dazu angeguckt, aber dann eher so Richtung... Ideen, wie man bauen könnte. Und ja... Ich bin so großartig. Das ist ein Baby matt. Das ist kein Baby. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich bin da ganz bei dir, also das heute wird denke ich mal auch der letzte Stream dazu sein, aus dem von dir genannten Grund. Äh, ich, ich spiel mich an Spielen kaputt, sag ich mal. Und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Ja. Ja, genau. Aber, ich habe mir Mittelalterstädte angeschaut und versuche, was da noch ist, aber ich gehe auch gerne mit Gelände und Gefälle. So. Ja. Also Mittelalterstädte habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe jetzt hier einfach ein bisschen gebaut und das hier, ähm, fand ich, das sah so geil nach einem Weingut aus. Also, ich glaube, wenn ein Weingut oder Weinguts noch integriert werden, das dürfte so gut aussehen. Und, äh, du hast erst mit Friedlich angefangen und dann mit KI und Verdientenlage und so weiter. Ja, ähm, ich, ich mag es bei solchen Spielen, egal welche Richtung, ich mag das bauen. Und nach und nach dann, äh, vielleicht Sachen zu optimieren und zu lernen. Ich mag es nicht gegen Gegner zu kämpfen. Das ist bei mir eher, ich, ich will mein Ding hier bauen und sonst steigt bei mir zu sehr, zu schnell der Frustfaktor. Ja, bin ich ganz auf deiner Seite. Also, so, so ist es bei mir auch, dass ich mir Spiele versaue, indem ich zu viel zocke. Das hatte ich, ähm, bei welchem Spiel hatte ich das? Ich hatte es bei einigen. Mir fällt gerade kein gutes Beispiel dafür ein. Ähm, ich glaube ein gutes Beispiel dafür ist, ähm, Assassin's Creed Valhalla. Dort habe ich zu viel gezockt. Ähm, bei Assassin's Creed Valhalla habe ich... Oh, lass mich lügen. Ich glaube, 80 oder 60 Prozent die Story durchgespielt und danach hatte ich keine Lust mehr. Weil ich bin auch so jemand, der... Ähm... Guckt in jede Ecke und versucht, das Beste und das Meiste bei Rum zu bekommen. Und... Ja, das war fehlerhaft in Valhalla. Da hatte ich dann 140 Stunden oder so. Und, ja. So, die KI ist auch noch nicht so reif. Hier fehlen dann noch mehr Einstellungsmöglichkeiten. Ich baue dann auch lieber mehr und versuche, die Benutzung meiner Gebiete zu optimieren, zu lernen. Ja, das fehlt mir hier auch ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich würde gern, wenn ich hier rauszoome, sagen... Sagen, okay... Äh, Hofstädt und Goldhof wären jetzt eine Region. Dass ich die zusammenführen kann. Äh, ich habe jetzt hier zwei Paketstationen und gefühlt machen die gar nichts. Also... Also... Ich habe jetzt die ganze Zeit, die wir in den Kupfer machen können. ... ... ... ... ... ... ... Ich habe hier, der soll Leben abholen und Bretter schicken und hier soll er Stein abholen und Bretter schicken. Und dann habe ich hier einfach eine Umwandlung von Holzschildern offensichtlich und hier, er soll eigentlich, oh, soll er verkaufen und dafür die ganze Zeit einkaufen. Ja, oder das. Ich wollte das hier, also ich teste gerade, wie gut das funktioniert. Ja, und hier. Ja, ich, trotz all dessen, dass ich einkaufe. Ach ja, ich kann die Steuern runterstellen. Ähm. Ja, und ich glaube, das Herrenhaus ist irgendwie bugt. Ich will nur diesen Bereich hier verschieben und er will 82 Bäume dafür haben. Ich glaube, der baut jedes Mal, baut er die komplette Butze hier neu auf. Ja, das ist ein bisschen Kacke. Äh, ja. Ähm, was mir auch noch, was ich schade finde, ist, dass sobald du eine Mauer drum gebaut hast, um dein Gebiet hier, dass du, äh, hier keine Häuser mehr bauen kannst oder andere Sachen, sondern das ist einfach komplett eingesperrt. Aber das kommt, denke ich mal, noch. Was aber cool ist, das hatte ich heute in den Kommentaren gelesen, äh, du kannst Marktstände verschieben. Äh, da. Das wusste ich auch nicht, das habe ich heute gelernt. Ja, okay, das ist auch funny. Oh. Oh. Come on, come along. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 so also speichern und laden das hatten einige vorgeschlagen das funktioniert auch nicht doch ich hab hier einfach die Siegbedingungen rausgenommen einfach auf keine gesetzt und dann so gesehen ein Endlosspiel dann hat das ohne Probleme geklappt siehe echt nö das hat bei mir echt ohne Probleme geklappt es gibt nur noch Äpfel bei mir so Ich drück dir die Daumen und ich hoffe, dass vielleicht doch zeitnah irgendwie ein Update da rauskommt. Delete FSR, okay. Okay. So. Aber Ja, gehe ich auch von aus. Also, das ist so geil. Ich war ein bisschen auf dem Discord von denen unterwegs und die Mods haben da gepostet. Ähm, hier, wie heißt der? Slavic Magic musste ein Q&A Team vergrößern, weil so viele Feature Requests, Bug Reports und, und, und reingekommen sind und, äh, auch, äh, Gameplay ähm, wie heißt das? Meldung, was man verbessern könnte und, und, und. Dass der nicht mehr hinterhergekommen ist, sein Team, und er das, ich glaube, verdoppeln oder verdreifachen musste. Äh, total geil. Und, ja, alles Hype mäßig ohne Werbetrommel ohne, äh, oh, alles. Und, ja, alles. Ja, was, was ich wirklich, wirklich lieben würde, wäre wirklich das Zusammenlegen von Region. Ähm, dass du auch noch deine Straßen verbessern kannst, weil ich finde zum Teil, hier, guck mal. Das Feature ist total geil, aber dass du hier in der Mitte so eine Schlammfurche hast, finde ich ein bisschen schade. Aber sonst ist das so hier durchlaufen, ist so gut. Ja, also nicht nur Kühe und Milch fehlt, finde ich, sondern auch sowas wie, äh, Weinanbau und, und, und. Und, aber ich denke mal, ähm, dass das jetzt einfach erstmal nur der Anfang ist. Und man muss ja dazu sagen, es sind trotzdem relativ, ja, okay, das ist jetzt etwas, das kann viel, viel später kommen. Aber ich finde, es fehlt noch, ähm, so ein bisschen Deko-Kram, sag ich jetzt mal, sag ich jetzt mal. Und was, äh, wirklich für mich, was ich aus meiner jetzigen, äh, Erfahrung sagen kann, ist, ähm, überraschenderweise sehr wenig Bugs. Ich hatte jetzt gefühlt nix Großartiges, was mich, äh, nur weil ich bärtig bin, dick bin und, äh, Medliebe, ist, dass ich gleich eine Aussage, dass ich nicht Mönch werde. Außerdem bin ich Atheist. So, ähm, oh, ja, schön. Ähm, was ich halt so geil finde, es ist relativ bugfrei, bis auf, äh, die Sache mit dem, äh, mit der Siegbedingung. Das ist so okay, das ist kacke. Aber, sonst hatte ich nichts, was irgendwie großartig eingeschnitten hat. Ja, und hier die, ähm, Burg finde ich auch ein bisschen armselig, das Herrenhaus. Da könnte noch mehr kommen, weil du hast hier so einen Holzlattenzaun. Und dann hast du hier so eine Edelbutze drin. Und beide Zäune haben dieselbe Textur, also, ja, aber das sind wahrscheinlich so Sachen, die kommen dann später erst. Okay. Bis zum nächsten Mal. 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 So, Viehhandelsposten handeln. Imports. Nee, leider nicht. Ich habe, ich glaube, ein oder zwei Saisons, wie du hier an dem Donut siehst. Aber, ja, müsste man mal nachgucken. Ja, kann ich verstehen. Also, ich habe auch das Gefühl gehabt, sobald ich in dem Forsthausen zweiten hinzugefügt habe, war das sofort, boom, der hat losgelegt bis zum Gehtnichtmehr. So, come on, people, get the work. So, come on. So, come on. ja make sense das könnte wirklich sein das einzige was ich ein bisschen guck mal ich habe jetzt hier den baukreis so groß gesetzt damit der donut hier nicht ganz so schlimm aussieht ja 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 Wie funktioniert das? Oh, hier hungert alles. Oh, zu viele Dachziegel, den können wir hier mal ausschalten. Mehr brauchen wir ja nicht, wir brauchen aber mehr Stein. Ich habe hier nicht gewonnen. Ich habe hier nicht gewonnen. Ich habe die alte Doktor eine Hand für die Monkbelle Brust. Sie spelt es in meine Gesichter und versucht mich zu schützen. Der Sommer wird bald. Ja, das ist gut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Vielleicht muss das hier einfach größer Oh ja Untertitelung des ZDF, 2020 Du fließt, wenn sie es lebt, du selbst enthüßt, nun quannest du? Nice. Kriegen wir das hier oben auch noch hin? Ah, geil. Jo, danke. Ähm, dann ziehen wir ordentlich durch und der nächste Stream ist morgen wieder 18 Uhr. Ich denke mal, aber dann werden wir was anderes spielen. Ich weiß gerade aus dem Kopf noch nicht genau was. Ich denke mal, Techtronic wollte ich mir angucken. Das werden wir dann morgen sagen. Jo, super, da würde ich mich freuen. Okay, dann auf jeden Fall bis morgen und dir noch einen schönen Abend. Ist auch die Vorräte vorne entfernt. Nice. Dankeschön. ... ... Spannende Musik Ah, verdammt. Oh. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Ah, verdammt. Okay. Oh, yay. So, da müssten wir jetzt eigentlich anfangen. Die Region hier aufzuräumen. Und diese Straße hier weiterführen. Nice. Und das mit dem Fluss sieht auch so gut aus. So. Also, der hier muss Äpfel, Karotten, Äpfel und Karotten. Ups. 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 Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, dann kommt hier hin. Und noch ein Holzfällerlager. Den hier noch. Äh, die nicht. Försterhütte. Und eine Brennholzhütte. Nee, äh. Brennholzhütte. Forsthaus. Forsthaus. Holzfällerlager. Anbindbalken. Und dann haben wir hier Brennholz-Sägegrube. Ich habe nur eine Sägegrube. Okay. Äh. Oh. Oh. Äh. so dann können die beiden abgerissen werden und dann bauen wir die hier auf sägewerk können wir auch verschieben ok dann holen wir uns noch das Holzfällerlager Holzfällerlager Brennholzhütte Forsthütte die können wir erstmal da lassen eine Sägegrube den sitzen wir da hin kleiner Stall ok Stellflächen dann bestellen wir mal eben zwei Ochsen hm 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 Okay. Quitt. Eigentlich müsste man doch das Herrenhaus hier hinsetzen und dann den Jägergrund da drin einsperren, oder? Das war's für mich. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hmm. Das war's für heute. Meinst du? Also den Jagdgrund schneide ich hier ganz gering mit meiner Straße. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. Dann bauen wir hier eine Megabutze. Das war's für heute. Das war's für heute. Puh. Puh. Ah. Schön viel größer geworden. Und dann müssen wir gleich mal hier einen ganzen Haufen updaten. 91 Stufe 1. Okay. Okay. Oh. Ich hab' ich hab' kein Holz mehr. Ah ja. 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 2. 2 beerisch. 994 Brot. 100 Brot. 100 Brot. Ich finde, das sieht so cool aus. Aber auch dieses Riesenfeld hier, das sieht auch cool aus. Vor allem, dass du es halt hier so hast. Schön mit dem Zaun. Das mit den Mauern sieht natürlich auch cool aus. Ich finde, das sieht so cool aus. Äh, ja. Mit die... Ich weiß aber gerade aus dem Kopf nicht, wie viel. Aber ich habe es auf jeden Fall gezockt. Ich weiß nicht, wie viel. Kann ich das hier sehen, wie viel ich das gezockt habe? Oh mein Gott, jetzt zieht er sich hier Updates. Zieht hier keine Updates. Ja, auf jeden Fall. Und die haben einen ganzen Haufen Updates rausgehauen. 64 Stunden habe ich das gezockt. Ich weiß aber nicht, wann das letzte... Oh Gott. Ich glaube, vor vier Jahren oder so. Da konnte man noch nicht so viel machen. Und dann sind ein ganzer Haufen Updates rausgekommen. Aber seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Also das ist das, was ich meinte. Ähm... Ich habe es zerspielt. Und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. Und seitdem habe ich es nicht mehr gespielt. Und seitdem habe ich es nicht mehr geliefert. Und seitdem habe ich es nicht mehr geliefert. Bis dann wieder gut ab da leitern okay. Denn die ca auf jeden� uhn. Aber irgendwas ist nur so schön. Und ich nehme an euremines Auto Sauberaten. Oh, ne neue Map? Oh, wie geil ist das denn? Da muss man doch eigentlich... Das will ich mir doch jetzt einfach mal angucken. Was passt? Äh, Hilfe? Äh... Äh... Hier friert einfach mal alles ein. Okay. Oh, God. Hilfe. Ist offline und wieder online? Hä? Lädt er jetzt die normale Map? Aber... Ist das die neue Map? Oder ist die einfach nur größer geworden? Ich glaube, die alte Map ging nur bis hier, oder? Äh... 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 Oh, Gott. Ah, okay. Gut. Dann... Hauptmenü. Fehlt mir das Update? Also Neu-Spiel-Spiel-Einstellung anpassen. Muss ich hier irgendwo die neue Map auswählen? Oder kann das sein, dass es wirklich... Oder kann das sein, dass es wirklich... oder kann es sein, dass die... Kann man irgendwo sehen, welche Version das aktuell ist? Ja, ist das alles... Geupdatet. Geupdatet. Die Wild Dynasty Version. So, irgendwas Myself liebe das heute ist. Whoo! Jede 얘기 ist es die ganze Idee. Es geht auch immer darum, nur das offen, dass andere Tage infamy Dann machen wir doch das Einfachste überhaupt. Einfachste überhaupt. Einfachste überhaupt. Downloads. Hmm. Ich hole meine Batterien für meine Dampfe. Bis gleich. Ich hole meine Batterien für meine Dampfe. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Digitalisierung des ZDF, 2020 Ja, ja, sorry, danke. Ja, willkommen zurück und ich habe herausgefunden, warum das Ganze nicht funktioniert hat. Das Update kam nur auf Steam raus. und ich hab's auf epic und ich hab's auf Ja? Apa? Vielen Dank. Ah nee, das funktioniert nicht. Nein, darüber erhalte ich kein Update. Ja, ich spreche englisch. Hi, Ifa Adams. If you want to sell me some graphics for the stream, I'm not interested. Oops. Oops. Okay. 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 Oh Gott, oh Gott. Ich glaube langsam ist das Spiel hier ein wenig überlastet. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. 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 Jetzt könnte ich mal eine zweite Traverne bauen. Oh. Oh, nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, vielleicht sollte ich ein bisschen warten, bis die Leute einziehen. Oh, ich könnte... Wo habe ich es denn hier? So, ich will mal gucken, was passiert, wenn wir Steinblöcke importieren. Ob dann sich irgendwas ändert? Oh. 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 Okay, noch. Okay, noch. Okay, noch. Habe ich hier noch ein kleines Haus, das hier allgemein. Der Stall weg, Brauerei. Okay. Okay, noch. 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 Okay. Okay, noch. Okay. Okay, noch. Okay. 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 So. Okay, dann bauen wir hier noch ein Baumhaus hin. so cool dann so ne Pfeife oder ne Elbenpfeife mit schön Tabak geil das ist geil das ja ist mega ich wollte mir auch immer mal so eine holen das müsste ich eigentlich mal machen so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Du meinst das hier, die nicht zugewiesen sind? Ja, ähm Ich wundere mich auch Naja, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du einfach wirklich zu viel hast Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Heute hab ich nicht ganz so viele Einfach aus dem Grund Äh Da ich Schuhe herstelle Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Oh 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 Ich wundere mich auch Oh Ich wundere mich auch Nein, ich wundere mich auch Ich wundere mich auch Untertitelung. BR 2018 Come on, come on. 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 Come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, 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 come on. Das war's für heute. 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 Das müsste man eigentlich mal ausprobieren. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, jetzt müssen wir einmal wieder einen Wechsel machen. Okay, das Haus hier muss ich abreißen. Das ging ja mal gar nicht klar. Das war's für heute. Ah, nicht genügend Materialien. Das ist schon mal gut. Aber ja, am Essen sollte es nicht mangeln. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh. 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 Ach, jetzt habe ich schon wieder Hofstätt. Oh, jetzt beschränkt uns das der Brennstoff. Auch interessant. Öl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2021 4400 Gemüse, ey. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schade, dass man zum Teil nicht sieht, was man... ...wie viele freie Wohnhäuser man noch hat. Also ich bräuchte noch eine Extrastufe mit Schnellvorlauf. Oh Gott. 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 Das war's. 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 So. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay, cool. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Stein. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. You're. Hier ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist. Das war's. 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 Das ist. Das war's. Das war's.